Oh, ich kann schon wieder abstauben, Leute. Hi! Haha! Okay, ich bin da. Hi! Komm, ich, komm, jawoll, sauber. So, wo ist jetzt der Nächste? Da vorne irgendwo, ach, oh, lol. Da geht auch eine Party ab. Ja, die muss ich ja mal stören, würde ich sagen, ne? Soll ich warten, bis der Typ auch noch da ist? Ja, ich glaube, das mache ich mal. Ja, ich glaube, sie ist drin, oder? Ja! Und rein da! Na, Leute? Und der ist weg? Und wo ist der Nächste? Der Letzte? Hat er sich da drin verkämmt? Ja, hat er. Oh, beste Runde! Beste Runde! Dreimal abgestaubt! Hab keine Angst! Alles wird nicht! Gut! Oh, das ist super, na. Jawoll! Da, 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 da. Na? Loll, der hat kein Knockback! Der kriegt kein Knockback, Knockback, der Junge! Oh, dann ist das Seil! Come on! Jawoll! Sauber! Sehr schön! Ja, ja. Ich glaube, das hat sauber. Mist. Jawoll! Sehr schön! Jetzt kommen, du hast so bestimmt einen da, Perle. Kannst mir nichts anderes erzählen. Jawoll! Yes! Er ist down! Nice! GG! Okay. Soll da unten kämpfen? Zwei? Ey, ich kann nochmal abstaub... Abstaub-Counter! It's over 9000! So, da oben ist er drin. So, da oben ist er drin. Alter, was ist das für ein... Okay, dann lasst mich mal eben nach oben. Und ich kann auch... Äh, das ist er... Loll! So, da oben ist er in die Hände gleich... Er ist da hinten weg... Nein! Ja, aber ich hab ihn auch mal mit runter gehauen. Loll, und der andere will nicht jetzt instant ohne irgendwas gemacht zu haben. Ah, nice. Okay, der kommt schon zu mir. Dann warte ich natürlich ganz höflich. Loll. Ach, come on. Hat er überhaupt getroffen? Naja, da nicht. Ja, läuft bei ihm. Oh Gott, der hat ein besseres Schwert. Jawohl, sehr schön. Jawohl, sehr schön. Nee, kein Bock. Ja! Oh mein Gott! No way! Was? Holy shit! Nein! Das war vielleicht etwas sehr schlecht passiert. Komm her, komm her! Jawohl, sauber! Boah! Nice! Der hat eine gute Secrets. Ja, er ist da drin. Soll ich ihn in die Luft sprengen? Ja, da haben wir jetzt grad Bock drauf. Run, Forrest! Run! Run! Boah, Alter! Was war das für ein TNT? Boah, ein Hit! Was? Ja, GG, ne? Hab ja noch nichts gegen. Loll! Hilfe! Ich verzichte total! Nice! Scheiben wir nochmal abgestaubt. Oh, da ist einer. Den gönnen wir uns mal, würde ich sagen. Nehm ich jetzt Heilung oder... Ja, komm ich zu Heilung darauf und das und dann geht's rein. Nein! Einfach Mann Minecraft! Hilfe! Was? Boah! Dankeschön! Danke Minecraft! Danke dafür! Oh Gott, das war schlecht. Ich hab viel zu viel Falschaden bekommen. Ja, hilf mir einfach die Giste! Oh! Oh mein Gott, wie lucky! Oh mein Gott, wie lucky! Ich glaub ich hab nur deswegen überlebt. Überraschung! Was? Ähm... Okay, war das jetzt ein Hack? Oder... Was war das? Ist das der zu dem ich hingeleitet werde? Na ja, die sind eh alle drei auf einem Fleck. Ich hoffe nicht, es geht's einer von denen hin. Ah, den zu besiegen. Weil da hab ich natürlich wieder gar keinen Bock drauf. Die leben beide noch? Was? Okay, ich glaub ich mach jetzt mal einen auf sozialen Boy. Und kümmern wir gar nicht um den da oben. Ah, natürlich war der Angel. Er hilft dir der Angel auch nichts mehr. Ist der Typ! Hallo Schritt! Das ist Manfred. Manfred wird dir jetzt zeigen, wie das gerade passieren konnte. Guck mal! Hier sind überall Wege. Und zwar genau da, da, da und da. Manfred wird dir jetzt zeigen, wie das geht. Manfred. Manfred geht den Turm runter und dann über die Wege. Und schon ist er weg. Cool, oder? Dafür brauchen wir noch nicht mal ne Ender-Perle. Hallo Schritt! Das ist Manfred. Manfred wird dir jetzt... Wie... Oh. Was für Hörl hab ich jetzt nicht mitgekriegt? Der hat ne Ender-Perle gehabt, oder was? Ja hört mir denn keiner zu, oder was? Wieso mach ich mir überhaupt die Mühe? Ach, weißt du was? Ich geh jetzt einfach. Oh fuck. Das könnte problematisch werden. Oh Gott! Nein! Alter! Oh mein Gott! Hilfe! Ich bin so bescheuert. Oh Mann! Lol, hier unten war noch Wasser. Oh, nice. Er kommt sogar runter. Der ist nett. Er kommt runter um mich zu... Okay, sehr nett. Mehr Ehre, Mann. Ist er down? Ja, ich hab ihn! Goodbye. Jawoll! Dankeschön! Den Tod haste ich so richtig verdient. GG. Yo, Leute! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls... Nein, nein! Nein! Mach mal neu! Yo, Leute! Willkommen nach... Was? Nein! Keine Berührung. Yo, Leute! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst mir mit dem Feedback da. Ihr wisst, wie das hier läuft. Und dann kann ich noch Tschau sagen und Tschüss! Oh mein Gott!